hallöchen erklärber hat heute tagesaktion fertig gemacht bin gut gelaunt weil's wieder super ist in mannheim die sonne scheint strahlen blauer himmel ich reiß mal ein paar witze einfach so aus dem hüftgelenk raus trocken welcher vogel ist ständig besoffen die schnappstrossel welcher vogel ist behämmert das ist bestes wieso können eigentlich nur wasservögel schwimmen weil die anderen kein schwimmflügel haben welcher vogel kriegt kriegt ganz schlecht luft der galge vogel warum fliege die schwalbe immer so tief weil die keine höhe messer haben oder jemand der fachkundig ist in der vogelkunde den nennt man ja ornithologe spricht er kennt sich gut aus mit vögeln der aglärbär wünscht euch einen guten flug und bleibt standhaft so so viel storsch der steht ja oft auf bis dann leute tschüss euer aglärbär im sturzflug